einbeziehen, sowie zweite und dritte Beratung des von der Fraktion der FDP eingebrachten Gesetzentwurf zur Änderung des Bundesministergesetzes. Für die Aussprache ist eine Dauer von 60 Minuten beschlossen. Ich eröffne die Aussprache, und es beginnt der Kollege Dr. Dietmar Bartsch, Fraktion Die Linke. Ja, Herr Präsident, meine Damen und Herren, großer Bruch jetzt in der Debatte. Unser Antrag, Bundestagsabgeordnete die gesetzliche Rentenversicherung einbeziehen, soll ein Angebot sein. Ein Angebot an Sie, an uns alle. Vor allen Dingen ein Angebot für mehr Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger in die Politik. Wir haben einen Vorschlag unterbreitet. Der kann, der soll gerne veredelt werden. Aber das Grundziel, spätestens nach der nächsten Bundestagswahl sollen alle Abgeordneten des Deutschen Bundestages in die gesetzliche Rente einzahlen. Das ist unser Ziel. Das würde, meine Damen und Herren, den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unserem Land, gerade in der Krise, wesentlich stärken. Meine Damen und Herren, wir Abgeordneten haben nach zwei Wahlperioden einen deutlich höheren Versorgungsanspruch als Arbeitnehmer, die 45 Jahre mit Durchschnittslohn gearbeitet haben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Arbeitnehmer zahlen mit ihren Steuern, vielleicht auch mit den Steuern auf die Rente, dann auch unsere Altersentschädigung mit. Das ist nicht gerecht, das ist nicht vermittelbar, und das schadet dem Ansehen der Politik insgesamt. Meine Damen und Herren, das, was wir in unserem Antrag vorschlagen, hat unser Nachbar Österreich in der Substanzbereich umgesetzt. Dort gibt es eine Rettenkasse, eine Rettenkasse, in die alle Bürgerinnen und Bürger einzahlen, auch Abgeordnete. Das ist dort selbstverständlich. Ich meine, wir sollten uns das Rentensystem in Österreich einmal ganz genau anschauen, denn Österreich hat eine funktionierende erwerbstätige Versicherung, hat keinen Ries der Irrsinn, Rente ab 65 und nicht erst ab 67 und im Durchschnitt 800 Euro mehr und haben dazu eine armutsfeste Grundreste. Das, meine Damen und Herren, wird auch dadurch ermöglicht, dass alle einzahlen. Ja, ich weiß, unser Antrag hat vor allen Dingen eine tiefe Symbolwirkung. Allein das Einbeziehen der Abgeordneten... Herr Kollege Bartsch, gestatten Sie eine Wortmeldung? Wie bitte? Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Ja, immer gern. Herr Dr. Bartsch, es ist normalerweise nicht meine Art, eine Zwischenfrage vor der eigenen Rednerin zu stellen. Aber mir geht dann doch die Hutschnur hoch, wenn ich höre, was Sie hier sagen. Wenn Sie sagen, dass die Einbeziehung aller Erwerbstätigen in die gesetzliche Rentenversicherung ihr Ziel ist, warum stellen Sie denn dann nicht einen entsprechenden Antrag? Es ist auch das Ziel von Bündnis 90 Die Grünen, Abgeordnete, und zwar angemessen in die gesetzliche Rentenversicherung mit einzubeziehen. Warum stellen Sie einen Antrag, der sich ausschließlich auf Abgeordnete richtet und täuschen vor, dass das ein Vertrauensangebot ist? Was Sie tun, ist doch de facto darauf setzen, auf das Erregungspotenzial draußen, wo es dann heißt, die da oben, die werden ja viel besser versorgt. Und unter dieser falschen Flagge erreichen Sie aber de facto eine Beschädigung dieses Parlaments und das in einer Zeit, wo die Demokratie ohnehin unter Druck steht. Das finde ich aus grundsätzlichen Erwägungen nicht in Ordnung. Sehr geehrter Herr Kurz, man merkt ja, dass offensichtlich Sie mit dem, was wir hier vorschlagen, getroffen sind. Erstens will ich ausdrücklich sagen, das ist auch nicht neu bei der Linken. Selbstverständlich wollen wir das alle einbezahlen. Und selbstverständlich auch Beamte, auch Freiberufler. Das haben wir mehrfach verantragt. Selbstverständlich. Hier nehmen wir aber, und ich habe das eben gerade gesagt, Sie haben sich ja schon gemeldet, da hatten Sie noch gar nicht bis zu Ende zugeholt. Natürlich geht es hier um ein Symbol. Das weiß ich doch alleine. Dieser Antrag löst nicht das millionenfache Problem der Altersarmut. Das weiß ich sehr wohl. Aber jetzt zu sagen, na ja, das wollen wir nicht. Nein, ausdrücklich Angebot. Tun Sie mit, dass wir diesen Schritt gehen. Wir haben hier im Deutschen Bundestag leider aktuell keine Mehrheiten, die es möglich machen, dass auch Beamtinnen und Beamte einzahlen, dass Selbstständige einzahlen und auch Abgeordnete aller Ebenen. Das haben wir leider nicht. Aber diesen Schritt zu vollziehen und Vertrauen zurückgewinnen, wieso Sie da dann mit der Populismuskeule kommen, das zeigt offensichtlich, dass Sie ein bisschen traurig sind, dass Sie diesen Antrag nicht gestellt haben. Aber da kann ich nun mal leider nichts für. Ja, ich will das wiederholen. Natürlich, der Antrag löst nicht die Grundprobleme. Das ist doch unbestritten. Das habe ich auch nicht behauptet. Ich habe gesagt und wiederhole das noch mal für Sie. Ein Antrag mit Symbolwirken. Aber das Signal an die Bürgerinnen und Bürger, das Signal in die Gesellschaft, dass wir alle uns darüber Gedanken machen, es muss nicht unser Antrag am Ende rauskommen. Bringen Sie Ihre ganze Kompetenz ein. Wir sind bereit, dort mitzumachen. Aber eine Rentenkasse für alle. Dieses Ziel haben wir als Linke. Das seit Langem. Da sind wir schon im letzten Bundestagswahlkampf für eingetreten. Tun Sie ruhig mit daran. Das würde uns zumindest freuen. Wir müssen aufhören und Schluss machen mit dem Extrasystem für Abgeordnete. Das ist unser Ziel. Das ist eine vertrauenswertige Maßnahme. Und das ist ansonsten, wenn wir es nicht tun, ist das ein Einfallstor für den Populismus. Lieber Herr Kurt, das ist das große Problem. Dass wir ansonsten eine große Rentenreform brauchen, das ist unbestritten. Vielleicht können wir die an der nächsten Legislatur gemeinsam in Angriff nehmen. Ich würde mich darüber freuen. Aber diesen einen Schritt, den einen Schritt, den können wir jetzt schon gehen. Darüber lassen Sie uns wirklich seriös debattieren, damit wir das Vertrauen in die gesetzliche Rentenversicherung wieder erhöhen. Herzlichen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Fraktionsvorsitzender Dr. Bartsch. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich gebe Ihnen das Ergebnis der namentlichen Abstimmung, bekannt über den Antrag der AfD zur Normenkontrolle wegen § 5 Abs. 2 Nr. 1 bis 8 Infektionsschutzgesetz, abgegebene Stimmkarten 627, mit Ja haben gestimmt 74, mit Nein haben gestimmt 552, Enthaltung 1. Der Antrag ist damit abgelehnt. Wir kommen weiter zur Aussprache. Der nächste Redner hat der Kollege Patrick Schnieder, CDU-CSU. Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Die Debatte über den Antrag der Linken, den wir heute führen, führen wir, weil einige die hier im Hause schon den Wahlkampf kommen sehen. Immerhin sind Sie, Herr Dr. Bartsch, in diesem Punkt ja transparent. In dem Antrag schreiben Sie ja selbst, es handelt sich um einen symbolischen Schritt, also reine Symbolpolitik. Die Diäten oder die Altersversorgung eignen sich hervorragend für solche Symbolpolitik. Zwischenfrage des Kollegen Kurt hat das, wie ich finde, sehr deutlich gemacht. Jedenfalls eignet sich das dann hervorragend, wenn einem die gesellschaftlichen Folgen dieser populistischen Politik gleichgültig sind und man ja eh weiß, dass der Antrag abgelehnt werden wird. Immerhin bietet die Debatte auch Anlass, noch einmal öffentlich unser sehr gutes System der Abgeordnetenentschädigung zu erklären und öffentlich dazu zu stehen und nicht Äpfel mit Birnen zu vergleichen. Denn wenn wir nicht öffentlich dazu stehen könnten, dann müssten wir es tatsächlich ändern. Das Grundgesetz sagt, ich zitiere, die Abgeordneten haben Anspruch auf eine angemessene, ihre Unabhängigkeit sichrende Entschädigung. Zitat Ende. Das betrifft nicht nur die aktive Zeit, sondern eben auch die Zeit der Versorgung. Was sichert die Unabhängigkeit eines Abgeordneten? Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten. Immer wieder haben wir dazu auch Sachverständige befragt, zuletzt vor einigen Jahren eine unabhängige Kommission zu Fragen des Abgeordnetenrechts im Jahre 2013. Dieser Kommission haben elf Sachverständige über etwa zwei Jahre viele Fragen rund um das Abgeordnetengerecht beraten, unter anderem auch die in Frage stehende Problematik. Die elf Sachverständigen haben längst nicht alle Fragen alleine beantwortet und beraten. Sie haben beispielsweise 13 weitere Sachverständige zur Frage der richtigen Altersversorgung für Abgeordnete angehört. Die Sachverständigen haben sich dafür das gesamte aktuelle Spektrum der Altersversicherung in Deutschland angeschaut. Es wäre gut gewesen, wenn der Antrag der Linken sich zumindest mit einem Satz mit diesen ausführlichen Beratungen auseinandergesetzt hätte. Dann wäre das, was Sie hier vorgelegt hätten, auch sehr viel fundierter gewesen. Weil Sie das nicht getan haben, muss ich noch einmal an die Beratung dieser unabhängigen Kommission erinnern. Die Expertenkommission war sich einig, dass es zur Sicherung der Unabhängigkeit der Abgeordneten ein finanziell hinreichend ausgestattetes Altersversorgungssystem geben muss. Fünf Kommissionsmitglieder, fast die Hälfte, haben sich für den bisherigen Ansatz ausgesprochen. Fünf Mitglieder haben für ein Modell votiert, das aus einem schon vorhandenen Alterssicherungssystem einer parlamentsgewährten Zusatzversorgung und eventuell einer Eigenversorgung besteht. Das sogenannte Bausteinmodell und ein Mitglied favorisiert ein Modell, das auf eine reine Eigenversorgung setzt. Das Problem für ein anderes als das jetzige Modell beschreibt die Kommission allerdings einmütig sehr klar. Hier darf ich zitieren aus dem Bericht. Um den Abgeordneten einen finanziellen Spielraum für die Eigenversorgung zu lassen, könnte eine zumutbare Erhöhung der Grundentschädigung erforderlich sein. Zitat Ende. Eine Diätenerhöhung halten wir jedenfalls nicht für den richtigen Weg, um dieses Problem zu lösen. Das verschweigen Sie mit Ihrem Antrag von den Linken. Unser jetziges System der Altersentschädigung stellt durch die Verknüpfung mit der jeweiligen Diätenhöhe sicher, dass die Anforderungen an die Sicherung der Unabhängigkeit gewährleistet sind. Wir müssen durch eine eventuelle Umstellung des Systems die Diäten nicht erhöhen. Der Weg der Linken würde dagegen eine Diätenerhöhung im vierstelligen Bereich erforderlich machen. Wir stehen ein Jahr vor der Bundestagswahl. Überall in Deutschland überlegen Bürgerinnen und Bürger, ob sie aus ihrem Besuch für eine Zeit aussteigen, für den Bundestag kandidieren wollen. Eine Entscheidung für eine Kandidatur, eine Übernahme oder Aufgabe eines Mandats muss von möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern ohne finanzielle Nachteile und unabhängig von finanziellen Sorgen und Erwägungen getroffen werden können. Das allein haben wir hier sicherzustellen. Deshalb glaube ich auch, dass das System, das wir jetzt haben, sachgerecht, richtig und gut ist. Zum Schluss, in Kürze noch zum Gesetzentwurf der FDP. Die FDP will mit ihrem Gesetzentwurf unter anderem die Rückabwicklung einer erst durch die Große Koalition 2008 verstärften gesetzlichen Regelung. Bis dahin gab es für Minister Ruhegehaltsansprüche nach zwei Jahren. Wir haben damals diesen Mindestzeitraum auf vier Jahre erhöht. Weil wir diese Mindestzeit erhöht haben, mussten wir einen Ausgleich für die Ausnahmefälle einführen, dass beispielsweise durch eine vorzeitige Auflösung des Bundestages ein Minister oder unverschuldet keine volle Wahlperiode im Amt bleiben konnte. Wir halten das Entstehen von Ansprüchen nach zwei Jahren nicht für vertretbar und unsere Regelung für die Ausnahmefälle weiter für sachgerecht. Deshalb werden wir diesen Gesetzentwurf auch ablehnen. Dankeschön. Für die Fraktion der AfD hat das Wort die Kollegin Ulrike Schielke-Ziesing. Sehr geehrte Damen und Herren! Sehr geehrter Herr Präsident! Der Antrag der Linken, den wir heute debattieren müssen, ist ein Kuckucksei. Denn es geht hier eben nicht nur um die Bundestagsabgeordneten, sondern um einen Umbau der gesetzlichen Rentenversicherung. Die Idee der Einbeziehung der Bundestagsabgeordneten in die gesetzliche Rentenversicherung ist zwar nicht neu, aber durchaus richtig. Denn die Rentenversicherung und damit die Altersversorgung der Mehrheit der Bevölkerung hängt wesentlich von der Politik derer ab, die eben nicht von den Auswirkungen der eigenen Beschlüsse betroffen sind. Millionen von Rentnern müssen aber mit unseren Entscheidungen leben. Die Abgeordneten sind vielmehr über ein eigenes, sehr gut ausgestattetes Pensionssystem gesichert. Mit Absichten im Rentenniveau in der gesetzlichen Rentenversicherung verliert der Bundestag, verlieren die Abgeordneten zunehmend an Glaubwürdigkeit. Vor diesem Hintergrund hätte ich mir geradezu gewünscht, dass viele, die seit Jahrzehnten mitgeholfen haben, die Rentenkasse kaputt zu sparen, auch am Ergebnis beteiligt werden. Das sehen laut einer Umfrage übrigens 86 Prozent der Betroffenen genauso. Das heißt, auch wenn die finanzielle Größenordnung einer solchen Regelung über Schaubau wäre, die Einbeziehung der Bundestagsabgeordneten wäre durchaus ein Abt der Solidarität und ein Bekenntnis zur gesetzlichen Rentenversicherung. Deshalb frage ich mich, wenn Sie das wirklich wollen, warum haben Sie es dann nicht bei dieser Forderung belassen? Denn mit Ihren weiteren Forderungen ruinieren Sie doch jede Chance auf Erfolg. Das wirklich perfide dabei ist, Sie wissen das, und Sie machen es trotzdem. In Ihren Anträgen geht es zu wie beim Märchen von Fischer und seiner Frau. Sie wollen immer mehr, solange bis nichts mehr übrig ist. Ich rede jetzt nicht einmal davon, dass Sie zeitlich versetzt zu den Abgeordneten auch sämtliche andere Mandatsträger einbeziehen wollen und danach auch die Richter, die Beamten, die Landwirte, Selbstständige und Freiberufler, also eigentlich alle. Über eine solche erwerbstätigen Versicherung kann man natürlich diskutieren, aber dann sollte man das auch so kennzeichnen. Aber, liebe Kollegen von der Linksfraktion, es ärgert mich wirklich, dass Sie bewusst und wiederholt Forderungen aufstellen, von denen Sie ganz genau wissen, dass Sie nicht nur nicht zustimmungsfähig sind im Parlament, sondern auch verfassungsrechtlich nicht umsetzbar. Ich rede von der Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze, die Sie mal eben verdoppeln möchten, und von einer Deckelung der Rentenhöhe, die Sie daran koppeln wollen. Sie nennen das so schön in Ihrem Antrag digressiv abflachen. Jeder hier in diesem Hause weiß, in unserer Sozialversicherung gilt das Äquivalenzprinzip. Die Erhöhung der Beitragsbemessungsgrenze und der Deckelung von Renten sind daher aus guten Gründen Grenzen gesetzt. Schauen Sie ins Grundgesetz Artikel 3, Artikel 14. Diese Grenzen wollen Sie niederreißen, indem Sie das Rentensystem auf gut Deutsch zu einer zweiten Einkommenssteuer umwandeln, mit einer erheblichen Mehrbelastung der Beitragszahler nichts anderes. So zu tun, als gäbe es diese verfassungsrechtlichen Vorgaben nicht. Damit veräppeln Sie nicht nur uns alle hier, sondern und vor allem auch Ihre Wählerschaft. Denn was bleibt dann noch von Ihrem Antrag? Nichts. Der Sinn besteht einzig und allein darin, auch wieder etwas gesagt zu haben. Oder liegt es daran, dass Sie hier wieder einmal versuchen, eine bestimmte Bevölkerungsgruppe stärker zu drangsalieren? Nach den Diskussionen ums Erschießen oder ins Arbeitslager stecken zu urteilen, haben Gutverdiener in linker Vorstellung sowieso keine Rechte mehr. Zum Wohle unseres deutschen Volkes sollten bei den Gesetzesentwürfen aber Gesetzesbücher und nicht Ideologiemanuskripte eine Rolle spielen. Auf diese Weise wird das Vertrauen sowohl der Bürger in die gesetzliche Rentenversicherung als auch in den Staat erhalten bleiben. Für solche Anträge aber, liebe Kolleginnen und Kollegen, sollte uns allen unsere Zeit zu schade sein. Danke. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf noch mal daran erinnern, dass wir demnächst die namentliche Abstimmung schließen. Wenn Sie dazu teilnehmen wollen, nutzen Sie jetzt die Zeit. Der nächste Redner ist für die Fraktion der SPD der Kollege Ralf Kapschack. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Viele von uns finden es ziemlich blöd, dass wir als Abgeordnete selber über unser Einkommen entscheiden müssen. Aber das hat das Bundesverfassungsgericht vor langer Zeit festgelegt. Die Entscheidung über die Abgeordnetenentschädigung fällt hier. Das kann man bedauern, aber es ist so. Das Gleiche gilt für die Altersvorsorgung von Abgeordneten. Es gibt keinen Grund, aus meiner Sicht da verdruckst rumzueiern. Wer meint, der öffentlichen Diskussion ausweichen zu können, indem man am besten gar nicht darüber redet, der hat aus meiner Sicht schon verloren. Angst vor Populismus ist auch in dieser Situation schlechter Ratgeber. Ich finde, wir sollten diese Diskussion offen, selbstbewusst und verantwortungsvoll führen. Denn es geht auch um Vertrauen. Davon war in den vergangenen Tagen viel die Rede. Vertrauen schafft und erhält man dadurch, dass man Entscheidungen transparent macht, nachvollziehbar und dass man sich den gleichen Regeln unterwerft wie alle anderen auch. Um es vorweg zu sagen, ich finde es gut, dass die Linke diesen Antrag vorgelegt hat. Es gibt in der Tat noch ein paar Fragen zu klären. Beitragsbemessungsgrenze, Finanzierung des Abgeordnetenbeitrags. Ja, stimmt. Aber davon abgesehen finde ich es richtig und wichtig, dieses Thema auf die Tagesordnung zu setzen. Denn gerade die aktuelle Situation zeigt, dass wir solidarische Sicherungssysteme brauchen, in die alle einbezogen werden, unabhängig von sozialen Lagen, Erwerbsbiografien und Einkommen. Auch für die Altersvorsorge ist schwer vermittelbar, warum sich einem Pflichtsystem, und das ist die gesetzliche Rentenversicherung ja letztendlich, einige Gruppen entziehen können. Wenn wir über eine Altersvorsorgepflicht für Selbstständige reden, warum reden wir dann auch nicht über eine Altersvorsorgepflicht für Abgeordnete? Das versteht doch kein Mensch. Solidarität in der Alterssicherung heißt, dass alle Menschen im Alter eine angemessene, am erreichten Lebensstandard orientierte Rente erhalten. Solidarität heißt auch, dass sich alle an der Finanzierung beteiligen. Und da reicht ein Hinweis auf einen steuerfinanzierten Zuschuss aus dem Bundeshaushalt nicht. Außer vielen Selbstständigen sind auch Beamtinnen und Beamte, freien Berufe und eben auch politische Mandatsträger nicht Teil der Solidargemeinschaft der gesetzlichen Rentenversicherung. Es ist an der Zeit, alle Erwerbstätigen in die Rentenversicherung aufzunehmen und Sondersysteme zu überwinden. Es ist eine Frage der Gerechtigkeit und des gesellschaftlichen Zusammenhalts, wenn sich alle solidarisch an der Beitragsfinanzierung beteiligen. Und es stärkt die gesetzliche Rentenversicherung insgesamt. Dass eine solche Erwerbstätigenversicherung Sinn macht, ist ökonomisch eigentlich unbestritten. Aber ich weiß ja, dass der Begriff Erwerbstätigenversicherung bei einigen in der Union ein rotes Tuch ist. Aber lassen Sie uns doch deshalb nicht reflexartig die Debatte über die Altersversorgung von Abgeordneten vermeiden oder abwürgen. Lassen Sie uns doch einfach mal darüber nachdenken, wie wir der Öffentlichkeit, der Bevölkerung, also quasi unserem Arbeitgeber, klarmachen, dass wir uns als Gewählte und nicht als Erwählte verstehen. Eine grundsätzliche Einbeziehung von Abgeordneten in die gesetzliche Rentenversicherung wäre gut für unsere Glaubwürdigkeit. Es wäre gerecht. Und es würde Transparenz schaffen. Mit der Altersvorsorgepflicht für Selbstständige packt die Koalition ein wichtiges Problem an. Das ist aus unserer Sicht der richtige Zeitpunkt auch über die Alterssicherung von Abgeordneten zu reden. Ich bin fest davon überzeugt, dass es unsere Glaubwürdigkeit stärkt, wenn politische Mandatsträger vorangehen und sich künftig den gleichen Regeln unterwerfen, die für abhängig Beschäftigte demnächst auch für Selbstständige gelten. Regeln, die schließlich hier festgelegt werden. Im Übrigen, viele unserer Nachbarländer sind das schon weiter als wir. Die kennen ein Sonderversorgungssystem für ihre Abgeordneten schon lange nicht mehr. Meine Bitte an die Union ist, nicht Reflex, sondern Reflexion. Lassen Sie uns gemeinsam verabreden, dass wir grundsätzlich über die Altersversorgung von Abgeordneten reden und nach neuen Lösungen suchen. Es stimmt, im Koalitionsvertrag steht dazu nichts. Zugegeben, das ist allerdings ein schwaches Argument aus meiner Sicht. Es geht um das parlamentarische Selbstverständnis, um nichts anderes. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Kapschak. Für die Fraktion der FDP macht sich bereit der Kollege Johannes Vogel. Herr Kollege, Sie haben das Wort. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken! Ich weiß nicht, wie Sie es halten. Ich habe natürlich vor meiner Zeit als Abgeordneter, als Angestellter in die gesetzliche Rentenversicherung eingezahlt. Ich tue das übrigens jetzt als Abgeordneter, als Teil meiner Altersvorsorge, freiwillig weiter, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich bin persönlich auch der Meinung, dass man seriös diskutieren kann, ob das Altersvorsorgesystem der Abgeordneten, wie wir es heute haben, nicht noch besser geht. Ich finde es zum Beispiel spannend, was in vielen Landtagen passiert ist. Schleswig-Holstein beispielsweise unter Mitwirkung unseres Vizepräsidenten Wolfgang Kubicki hat ein System erarbeitet, ganz ähnlich wie bei Selbstständigen, dass die Abgeordneten verpflichtet sind, für das Alter vorzusorgen, aber selber entscheiden können, wie. Ich finde, Selbstständigkeit ist auch vergleichbar mit Abgeordnetentätigkeit. Das könnte ein modernes System sein, dem wir näher kommen sollen, was ja auch zu der Lebensrealität passt, die wir uns doch wünschen, dass nämlich Abgeordnete auch stärker wechseln zwischen Politik, Privatwirtschaft, vielleicht Wissenschaft und auch zurück in die Politik. Über eine solche Reform können wir gerne seriös diskutieren. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, man kann auch seriös fordern, dass es eine Einheitskasse in der Rente für alle Bürgerinnen und Bürger geben soll. Ich halte das nur für rentenpolitisch komplett verfehlt und gleich mehr dazu. Man kann das seriös diskutieren. Mein Problem mit Ihrem Antrag ist, Ihr Antrag ist nichts davon. Ihr Antrag ist kein Beitrag zu einer seriösen Debatte, sondern Ihr Antrag ist schlichter Populismus. Lieber Kollege Bartsch, Sie haben eben so gesagt, das ist doch nichts Neues bei den Linken. Ja, das ist genau das Problem. Legen Sie uns seriöse Anträge vor und kein durchschaubarer Populismus. Das ist leider das, was Sie hier heute gemacht haben. Und das gleich aus zwei Gründen. Ich will das ausführen, warum ich das sage. Erstens. Ja, politische Verantwortungsträger müssen angemessen bezahlt werden. Einen Privilegien nach dem Mandat darf es nicht geben. Wie ernst uns das ist, wird gleich mein geschätzter Kollege Konstantin Kuhle begründen mit dem Antrag, den wir hier an die Debatte angehängt haben. Aber zur Seriosität gehört, wenn Sie ein Altersvorsorgesystem für Abgeordnete abschaffen, was bisher draufliegt auf der Abgeordnetenentschädigung, und dann nicht wie in allen Landtagen in diesem Land, die diese Reform gemacht haben, zugeben, dass dann natürlich die Abgeordnetenentschädigung erhöht werden muss, dann ist das schlicht die Angst vor der Bild-Zeitung-Schlagzeile. Das ist aber unehrlich, liebe Kolleginnen und Kollegen, und das ist ein Merkmal von Populismus. Deshalb können wir das hier nicht ernst nehmen. Zweiter Punkt, und das macht es vielleicht sogar noch schlimmer. Reden wir mal kurz über Ihren Vorschlag einer Einheitskasse für alle Bürger. Sie suggerieren ja, lieber Kollege Bartsch, Sie nicht in Ihrer Rede, aber in dem Antrag. Sie suggerieren ja, das sei ein Beitrag zur Finanzierung des Rentensystems, ein Rentensystem, das als Umlagesystem mit Blick auf die Demografie unter Druck steht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist schlicht Klatsch. Wir alle wissen, mehr Einzahler heißt auch mehr Auszahler. Das nennt man Äquivalenzprinzip. Das heißt, nur dadurch, dass mehr Menschen einzahlen, in einer alternden Gesellschaft ist für die Stabilität des Rentensystems nichts gewonnen. Und dass das so sein muss, weil Einzahlung in die Rente, die eine Versicherung ist, eben eigentumsgleiche Rechte sind, das hat unser Verfassungsgericht mehrfach festgestellt. Also, entweder es bringt nichts für die Rente, was Sie tun, oder es ist verfassungswidrig. Und darauf leulen Sie leider hinaus. Ich zitiere mal aus Ihrem Antrag. Sie haben sich dieses Instrument einer Beitragsäquivalenzgrenze ausgedacht. Ja, lieber Kollege Birkwald, ich weiß schon, dass das von dir kommt. Enteignungshebel wäre ehrlicher gewesen. Das ist nämlich das, worum es da geht. Das ist schlicht unvereinbar mit den Grundlagen unseres Rentensystems, mit dem Äquivalenzprinzip. Und das schreiben Sie auch selbst. Ich zitiere mal aus Ihrem Antrag. Wenn man das sofort umsetzen würde, dann sei zu erwarten, dass das Bundesverfassungsgericht das entsprechende Gesetz als verfassungswidrig beurteilt. An anderer Stelle schreiben Sie, Ihr Vorschlag zielt auf etwas, das gerade noch so im Verfassungsgericht verfassungsmäßig zulässigen Maße liegen soll. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich würde davon ausgehen, dass wir hier Gesetze beschließen, die im höchsten Maße verfassungsgemäß sein sollen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Sie wollen die Verfassung so weit biegen, wie es gerade noch möglich ist. Das wird entweder vor Gericht scheitern oder es ist kein Beitrag zu stabilen Rentenfinanzen. Das nenne ich Populismus, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vielen Dank, Herr Kollege Vogel. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich komme zurück auf den Tagesordnungspunkt 27a. Die Zeit für die namentliche Abstimmung ist gleich vorbei. Ich frage, ist noch ein Mitglied des Hauses anwesend, das seine Stimme nicht abgegeben wird? Das ist für mich erkennbar nicht der Fall. Dann schließe ich die Abstimmung und bitte die Schriftführerinnen und Schriftführer, mit der Auszählung zu beginnen. Das Ergebnis der Abstimmung wird Ihnen später bekannt gegeben werden. Nun kommen wir zurück zum Tagesordnungspunkt 29. Die nächste Rednerin ist die Kollegin Britta Hasselmann, Fraktion Mündnis 90 Die Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident! Meine Damen und Herren, Die Linke fordert in ihrem Antrag die Einsetzung einer interfraktionellen Arbeitsgruppe im Bundestag, um ab Beginn der 20. Legislaturperiode des Deutschen Bundestages die zukünftige Altersversorgung der Abgeordneten des Deutschen Bundestages in die gesetzliche Rentenversicherung zu überführen. So weit, so gut. Wäre der Antrag damit zu Ende, würden wir sagen, wir stimmen Sie sofort zu. Denn in der Sache ist es, glaube ich, richtig und notwendig, sich dieser Frage wirklich zu widmen. Wir haben leider die Chance vertan, im Jahr 2011, als die damalige unabhängige Kommission zu Fragen des Abgeordnetenrechts, die dort eingesetzt wurde, um die Frage der Abgeordnetenentschädigung, der Höhe und so weiter festzulegen, uns Empfehlungen zu geben dafür, für die Festlegungsentscheidung im Parlament und der Frage der Altersversorgung der Abgeordneten auch vertieft und mit einer strukturellen Änderung versehen zu widmen. Das ist aus meiner Sicht im Jahr 2020 betrachtet eigentlich eine fortane Chance, die wir haben damals liegen gelassen. Ich fände es sehr gut. Deshalb habe ich den ersten Teil Ihres Antrags zitiert. Wenn wir in aller Ernsthaftigkeit die Komplexität der Fragen und auch die Überführung eines lange zementierten Systems in ein neues System mit all seinen Fragen grundsätzlich diskutieren würden. Das ist wichtig und notwendig, das zu tun. Die unabhängige Kommission und die Vorschläge, die dort seinerzeit in einem Bausteinmodell gemacht worden sind. Der erste Teil war zum Beispiel, dass die Abgeordneten ihre bisherigen Versorgungsansprüche und Anwartschaften einbringen. Die zweite Komponente könnte in die gesetzliche Rentenversicherung sein. Eine Zusatzversorgungskasse war auch Thema in den Erörterungen. Als dritter Baustein kam eine gewisse Eigenvorsorge hinzu. Das waren alles interessante und wichtige Fragen, denen wir uns hätten widmen können. Ich fände es gut, wenn wir hier aus der Mitte des Hauses noch mal in einer interfraktionellen Zusammenkunft das dann auch wirklich tun. Aber warum sind Sie eigentlich nicht bei diesem Beitrag dann geblieben, sondern schwenken dann noch um auf das Mittel? Ja, wir stellen erst mal eine klare Forderung in den Raum, unterlegen die aber keinesfalls. Sie suggerieren mit dem zweiten Teil Ihres Antrags doch, das wäre alles ganz einfach. Und die von mir angesprochenen Fragen ließen sich mal gerade soeben lösen. Das ist doch nicht der Fall, meine Damen und Herren. Und das wissen wir alle. Und das führt am Ende dazu, dass es wieder uns alle trifft, indem natürlich jede und jeder sich dann daran abarbeitet. Und ich sage Ihnen, gerade das Thema Abgeordnetenentschädigung und auch die Altersversorgung von Abgeordneten, die gehören bei der Altersversorgung auf andere Füße gestellt, aber nicht durch die Methode, wir fordern mal was politisch, und das ist ein bisschen populistisch, populistisch und nicht zu Ende gedacht. Herr Birkwald, Sie wissen es doch ganz genau, das, was Sie da andeuten in Ihrem Antrag, ist nicht bis zu Ende gedacht. Sie machen am Ende keinen Vorschlag, davor drücken Sie sich. Und das wissen Sie auch ganz genau. Alle, die mit dem Thema zu tun haben, wissen das und sehen das. Deshalb sage ich, das greift zu kurz und nicht nur, es greift zu kurz, sondern es hat die Methode Populismus. Ich fordere mal was, das klingt nach außen gut, ich löse aber kein einziges Problem. Und schon gar nicht interfraktionell mit dem gesamten Haus. Und das wissen Sie auch, dass das so ist. Deshalb sage ich, warum sind wir nicht beim ersten Teil Ihres Antrags geblieben und hätten gesagt, wir widmen uns einfach der Idee dieses Bausteinmodells, was die unabhängige Kommission seinerzeit entwickelt hat, und setzen darauf dann mal auf und überlegen in einer interfraktionellen Arbeitsgruppe, wie wir denn dem Ziel näher kommen, die Abgeordnetenentschädigung für Abgeordnete auch anders aufzustellen und zwar im Sinne einer Einbeziehung aller in die gesetzliche Rentenversicherung, meine Damen und Herren. Und das ist halt nichts, was man mal so holzschnittartig wie in Ihrem Antrag vorlegt, sondern da muss man sich gründlich Gedanken machen über die Frage, wie Überführung aussehen kann, wie Zusatzansprüche, wie alle Sachen dann geregelt werden können. Und das liefern Sie nicht ansatzweise. Und deshalb kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass Sie an der Stelle gerne eine schöne Überschrift wollen, aber leider in der Substanz mit uns daran nicht arbeiten wollen. Das finde ich eine fatale Chance. Ich fände es wirklich gut, wenn aus der Debatte hervorgeht, wir kümmern uns jetzt mal um dieses Thema und wir sagen nicht, es ist einfach alles gut. Denn es ist nicht alles gut. Wir haben hier auch die Pflicht, darüber nachzudenken, bei vielen Fragen, was wir grundsätzlich in der Rentenversicherung ändern. Wir brauchen eine Garantierente. Wir wollen den Einstieg in die Bürgerversicherung für angestellte, selbstständige Minijobberinnen und auch für Abgeordnete. Wir wollen als Grüne auch eine Reform anstreben für ausgeschiedene Bundespräsidenten und für die Kanzlerin und die Kanzler. Denn auch hier hat uns der Bundesrechnungshof ganz klare Hausaufgaben gegeben im Hinblick auf das Ruhegehalt und die Anrechnung privater Einkünfte und die Einbeziehung in die gesetzliche Rentenversicherung auch von Abgeordneten. Mit allen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, sollten wir angehen. Das ist die Auffassung von Bündnis 90 Die Grünen. Aber dann bitte nicht mit so einem kleinen Vorschlag, der eigentlich das Problem am Ende nicht löst, sondern wirklich in einer interfraktionellen Arbeitsgruppe. Wir sind bereit. Ich fände es toll, wenn wir das zusammen hinkriegen. Vielen Dank, Frau Kollegin Hasselmann. Nächster Redner ist der Kollege Max Straubinger, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident! Werte Kolleginnen und Kollegen! Im Grundgesetz Artikel 38 Absatz 1 steht, ich zitiere, Herr Präsident, mit ihrer Genehmigung, die Abgeordneten des Deutschen Bundestages werden in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt. Sie sind Vertreter des ganzen Volkes, an Aufträge und Weisungen nicht gebunden und nur ihrem Gewissen unterworfen. Weiter steht dann im Grundgesetz Artikel 48 Absatz 3, erster Satz, die Abgeordneten haben Anspruch auf eine angemessene, ihre Unabhängigkeit sichernde Entschädigung, Zitat Ende. Warum stelle ich diese Sätze des Grundgesetzes der Antragsberatung des Antrags der Linken voraus? Damit wird verdeutlicht, werte Kolleginnen und Kollegen, dass ein Abgeordneter kein Arbeitnehmer, nicht weisungsgebunden, sondern unabhängig ist und damit eine Sonderstellung einnimmt und somit nicht mit den Arbeitnehmern verglichen werden kann. Das wird auch zum Ausdruck gebracht im Diätenurteil Bundesverfassungsgericht vom 5.9.75. Ich zitiere nochmals. Die Tätigkeit des Abgeordneten ist dem Bund zu einem vollen Einsatz der Arbeitskraft fordernden Beruf geworden. Der Abgeordnete kann daher unter diesem Aspekt heute legitimerweise ein Entgelt beanspruchen, mit dem er seinen und seiner Familie Lebensunterhalt zu bestreiten vermag. Weiter steht dann später noch deutlicher tritt der veränderte Charakter der Entschädigung bei der Einführung der Altersversorgung in Erscheinung, mag man sie auch als einen zusätzlichen auf die nachparlamentarische Zeit projektieren, Unabhängigkeit, Schutz etikettieren. In Wirklichkeit ist der Ruhigeldanspruch des Abgeordneten heute ein Annex seiner Besoldung. Zitat Ende. Werte Kolleginnen und Kollegen, diesen Ansprüchen aus dem Grundgesetz und der Rechtsprechung wird Ihr Antrag nicht gerecht und ist mit der Stellung als Abgeordneter auch nicht vereinbar. Auch als symbolischer Akt taugt die Einbeziehung der Abgeordneten selbst bei Anhebung der Beitragsbemessungsgrenze auf die Abgeordnetendiät nicht, da durch die Beiträge der Abgeordneten eine Mehreinnahme von knapp 16 Millionen Euro in der Rentenversicherung zu verzeichnen werden. Nein, das ist schon mitgerechnet, Herr Kollege Birkwald. Bei einem Haushalt von derzeit 242 Milliarden Euro wohl eher nicht einmal ein Placebo, sage ich jetzt einmal, statt ein wirkmächtiger Beitrag zur Finanzierung der Rentenversicherung. Also, Symbolpolitik, der Kollege Dietmar Bartsch hat es ja ausgeführt, Symbolpolitik in großem Maße, aber nichts dahinter. Und das zeigt sich auch, werte Kolleginnen und Kollegen, und das zeigt sich auch beim Handeln überhaupt der Abgeordneten der Linken. Wir haben es ja miterlebt. Sie waren ja die Ersten, die auch gesagt haben, die Bundestagsabgeordneten sollen heuer auf die Erhöhung ihrer Entschädigung verzichten, haben wir auch gemacht. Das Tollste ist, ich habe jetzt geschaut beim Thüringer Landtag, Ministerpräsident links, linke Regierung, dort hat man die Diätenerhöhung durchgesetzt und die Abgeordneten sollen die Erhöhung spenden. Gut, das können Sie tun. Aber wissen Sie, das ist erst einmal ein Vertrauensverlust an die Bürger zu geben. Denn im nächsten Jahr nehmen Sie natürlich die Erhöhung der Diät mit. Ganz einfach. Und das tun Sie über Jahre hinweg. Natürlich nehmen Sie es da mit, weil dann spenden Sie nicht mehr. Im nächsten Jahr spenden Sie nicht mehr. Da bin ich überzeugt jetzt einmal. Und Sie nehmen letztendlich nur ein Jahr später dann die Diätenerhöhung für sich mit. Das ist Symbolpolitik der Linken, also in unserem Lande. Jetzt einmal. Dann hätte es auch, ich habe mich gewundert, haben wir gedacht, jetzt wird es wohl einen starken Antrag im Thüringischen Landtag geben, der Landesregierung oder der linken Fraktion, dort die Abgeordneten in die Rentenversicherung mit einzubeziehen. Ich habe gesucht, gesucht, gesucht. Mir haben die Augen übergegangen, weil ich nichts gefunden habe. Also uns die Ansprüche hier hereinzutragen, aber Sie selbst nicht handeln, wo Sie könnten, das ist im höchsten Maße unglaubwürdig und wird letztendlich der Thematik auch nicht gerecht. Und dann kommt noch mit dazu, immer diese Glorifizierung des österreichischen Systems. Mein Kollege, Sie müssen losgarten. Ja, ich mache gleich in letzter Zeit. Sie, Herr Kollege Birkwald, haben immer initiiert, dass wir uns mit dem österreichischen System auseinandersetzen. Dann kam raus, Beitragssatz 22,8 Prozent, bei uns 18,6 Prozent, Anwartschaft erst nach 15 Jahren, bei uns Anwartschaft nach fünf Jahren. Die Beamten, die dort einzahlen, die haben derzeit keinen Anspruch, weil sie 15 Jahre lang erst einzahlen müssen, bis sie überhaupt einen Anspruch haben. Das ist eine Veräppelung, sage ich jetzt einmal, der Bürgerinnen und Bürger draußen. Sie wollen hier nur letztendlich Polemik betreiben, aber wirklich nicht einen sachgerechten Beitrag leisten, wie es die Kollegin Hasselmann zu Recht gefordert hat. Vielen Dank, Herr Kollege Straubinger. Liebe Kolleginnen und Kollegen aus der CDU-Fraktion, ich konnte den Kollegen wirklich nicht bremsen. Ich konnte das auch verstehen. Sie dürfen sich jetzt entscheiden, wer von den beiden nachfolgenden Rednern eine Minute weniger redet. Ich bitte dann um weitreichende Hinweise. Bevor ich zum nächsten Redner komme, während der Hygienemaßnahmen, komme ich zurück auf Tagesordnungspunkt 27. und gebe Ihnen das Ergebnis des von den Schriftführerinnen und Schriftführern ermittelten Ergebnissen der namentlichen Abstimmung bekannt, über die Beschlussempfehlung des Ausschusses für Wahlprüfung, Immunität und Geschäftsordnung, Erster Ausschuss, zu dem Antrag der Abgeordneten Thomas Seitz, Sebastian Münzenmaier, Dr. Robby Schlund, weitere Abgeordnete und der Fraktion der AfD, Einsetzung eines vierten Untersuchungsausschusses der 19. Wahlperiode SARS-CoV-2-Pandemie, Drucksachen 19, 22.832 und 19, 23.471, abgegebene Stimmkarten 594, mit Ja haben gestimmt 519, mit Nein haben gestimmt 75, Enthaltungen keine. Die Beschlussempfehlung ist damit angenommen. Nun kommen wir zurück zu Tagesordnungspunkt 29. Der nächste Redner ist Martin Sichert, AfD-Fraktion. Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Der Antrag der FDP verbessert das bestehende System der Altersversorgung von Ministern. Er macht aus einer Extrawurst eine bessere Extrawurst. Unser Ziel aber sollte sein, die Extrawurst abzuschaffen. Abgeordnete und Minister müssen dieselbe soziale Absicherung haben wie die große Mehrheit der Bürger. Volksvertreter kann man nur sein, wenn man erlebt, was die Menschen tagtäglich erleben. Wenn unsere Mitbürger Angst um ihre Altersversorgung haben, weil die Rente eben nicht sicher ist, dann müssen auch wir das spüren. Wie kann es sein, dass Minister und Abgeordnete nach wenigen Jahren ausgesorgt haben, während unsere Mitbürger teils nach über 40 Jahren auf Grundsicherung angewiesen sind? Regierungen und Abgeordnete entscheiden über die Sozialsysteme. Unsere Entscheidungen haben oft weitreichende Folgen für die Mitbürger. Daher müssen wir die Probleme kennen. Wir müssen Folgen und Auswirkungen selbst erleben. Es sollte für uns eine Ehre sein, das gleiche Sicherungssystem zu haben wie der Großteil unserer Arbeitgeber. Unsere Arbeitgeber, das ist heute schon erwähnt worden, das sind die deutschen Bürger. Das gilt übrigens nicht nur für die Rente, sondern auch für andere soziale Sicherungssysteme. Ich höre Abgeordnete und Minister häufig von Solidarität reden. Aber die Solidarität endet meistens dort, wo es den eigenen Geldbeutel und den eigenen Luxus betrifft. Knapp 90 Prozent unserer Mitbürger müssen auf Termine bei Fachärzten mehrere Monate, teils über ein halbes Jahr warten, weil sie gesetzlich versichert sind. Es kann schlimme Folgen haben, wenn Diagnosen oder Therapien erst nach Monaten erfolgen. Ein lebensbedrohliches Problem, das viele Abgeordnete aber nur aus Erzählungen kennen, weil sie privat versichert sind. Ich bin mir sicher, dass so manches in unseren sozialen Sicherungssystemen anders wäre, wenn Abgeordnete genauso abgesichert werden wie die Mehrheit der Mitbürger. Das sehen wir ja auch in anderen politischen Bereichen. Die katastrophale Verkehrspolitik in Großstädten gäbe es nicht, wenn Grüne und Linke vor ihrer politischen Karriere was Anständiges gearbeitet hätten und die Probleme eines Spendlers selbst kennen würden. Die Bundeswehr wäre auch keine solche Lachnummer, wenn Wehrbeauftragte und Verteidigungsminister wenigstens einen Grundwehrdienst abgeleistet hätten. Kurzum, Abgeordnete und Minister müssen aus dem Elfenbeinturm heraus. Wenn unsere Mitbürger sich von Wasser und Brot ernähren müssen, dann dürfen wir nicht Wein saufen und Kuchen essen. Wir müssen ganz normale Mitbürger ohne Privilegien sein. Das wäre ein erster wichtiger Schritt hin zu einer besseren Politik. Vielen Dank. So, liebe Kolleginnen und Kollegen, nächster Redner ist Dr. Matthias Bartke, SPD-Fraktion. Kleine Slapstick-Einlage vorweg. So ist das mit den Masken. Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Abgeordnetenversorgung ist immer ein Aufregerthema. Dass das Thema das Potenzial hat, populistisch ausgenutzt zu werden, ist völlig klar. Das haben wir ja auch schon häufig genug hier erlebt. Mit dem System der Abgeordnetenvergütung hat sich zuletzt 2014 eine Expertenkommission beschäftigt, und sie hat sich damals auch mit der Frage der Altersversorgung befasst. Eine Empfehlung gab es damals nicht. Die eine Hälfte der Experten wollte eine Einbeziehung der Abgeordneten in die gesetzliche Rentenversicherung, und die andere war dafür, es so zu lassen, wie es ist. Das zeigt schon, das Thema ist sperrig. Liebe Kolleginnen und Kollegen, die zentrale Säule unserer Altersversorgung ist die gesetzliche Rentenversicherung. Sie garantiert ein gutes Sicherungsnetz. Wir alle wissen aber, dass die Rentenversicherung vor allem in den nächsten 20 Jahren ein Finanzierungsproblem haben wird. Eine der Ursachen dafür ist, dass zu wenig Menschen einzahlen. Und es sind vor allem die Gutverdiener, die häufig nicht einzahlen, sondern separate Versorgungskassen nutzen. Zu nennen sind hier die Selbstständigen mit berufsständischen Altersversorgungssystemen und die Beamten und natürlich auch die Bundestagsabgeordneten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir die Rentenversicherung zukunftsfest machen wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass ihre Basis breiter wird, dass es möglichst wenige Ausnahmen gibt. Die SPD fordert deshalb schon lange eine erwerbstätige Versicherung. Noch in dieser Wahlperiode wollen wir es anpacken, dass die Selbstständigen in die gesetzliche Rentenversicherung einbezogen werden. Perspektivisch muss das auch für Neuverbeamtung gelten und für alle weiteren Berufsgruppen, die jetzt noch in Sondersystemen Altersvorsorge betreiben. Es ist klar, der Umbau unserer Alterssicherung wird eine Mammutaufgabe. Aber ich bin fest davon überzeugt, wenn wir wollen, dass unsere Rentenversicherung zukunftsfest wird, dann müssen wir uns dieser Aufgabe stellen. Die kleinste Gruppe, die am unproblematischsten einbezogen werden könnte, das sind die Abgeordneten. Mit einer Einbeziehung der Abgeordneten würden wir deutlich artikulieren, uns ist es ernst mit dem Umbau der Alterungssicherungssysteme. Wir Abgeordnete könnten als Vorbilder voranschreiten und unseren Teil zum Aufbau einer erwerbstätigen Versicherung leisten. Liebe Kolleginnen und Kollegen von den Linken, Sie merken, ich habe eine gewisse Grundsympathie für die Einbeziehung der Abgeordneten in die Rentenversicherung. Nach dem Grundgesetz ist eine wesentliche Aufgabe der Altersvorsorge, unsere Unabhängigkeit auch über das Mandat hinaus zu sichern. Herr Schnieler hat darauf hingewiesen. Eine zentrale Frage ist daher, passt das in das klassische System der Rentenversicherung? Beißt sich das nicht mit dem der Rentenversicherung zugrunde liegenden Äquivalenzprinzip? Und wo wir von Äquivalenzprinzip reden, das wollen Sie, wenn nicht abschaffen, so doch einschränken. Das Äquivalenzprinzip beinhaltet, dass die Höhe der Rente abhängig ist von der Höhe der vorher gezahlten Beiträge. Das Grundprinzip der deutschen Rentenversicherung lautet daher, wer viel einzahlt, bekommt am Ende auch viel heraus. Sie wollen jetzt aber eine neue Beitragsäquivalenzgrenze einführen, wie Sie das nennen, wohl mit Betonung auf Grenze. Damit soll das neue Prinzip der Rentenversicherung offenbar lauten, wer viel einzahlt, bekommt nicht mehr viel heraus. Sie wollen damit eine Umverteilung von oben nach unten betreiben. Ich sage Ihnen ganz offen, einer solchen Umverteilung stehe ich persönlich immer aufgeschlossen gegenüber. Ob aber die Rentenversicherung für Umverteilungspolitik das geeignete Instrument ist, das möchte ich hier ganz vorsichtig bezweifeln. Aber, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Linken, Ihr Antrag wirft viele grundsätzliche Fragen auf, die es allemal wert sind, diskutiert zu werden. Ich freue mich daher auf die Debatte im Ausschuss. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Kollege Dr. Wartke. Allgemeine Freude höre ich gerade. Tja, der nächste Redner ist für die FDP-Fraktion der Kollege Konstantin Kuhle. Herr Präsident! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Wir sprechen heute über die Altersvorsorge und die Altersversorgung von Politikerinnen und Politikern. Das ist immer ein heikles Thema. Dabei sollte uns zweierlei besonders am Herzen liegen. Zum einen muss das Verhältnis zwischen den übrigen Tarifstrukturen im öffentlichen Dienst und der Altersvorsorge von Politikern angemessen sein. Und zum anderen sollte die Bewertung der Höhe der Altersvorsorge immer vor dem Hintergrund der Tatsache erfolgen, dass wir hier über Steuergelder sprechen. Hier wird ja versucht, das ist gerade schon angesprochen worden, das Thema Umverteilung in die Rentenkasse zu verlagern. Der entscheidende Punkt ist doch, wir reden hier über Steuergelder. Und deswegen sind Zurückhaltung und Angemessenheit angesagt, und nicht, weil hier die Umverteilung in die Rentenkasse übertragen werden sollte. Und meine Damen und Herren, es ist schon hier gesagt worden, warum eine Einbeziehung von Bundestagsabgeordneten in die gesetzliche Rentenversicherung ein Fehler wäre. Sie lösen damit nichts am demografischen Wandel. Sie schaffen neue Belastungen für die gesetzliche Rentenversicherung, indem neue Anwaltschaften mit einbezogen werden. Und es ist auch völlig unsystematisch, weil ja der übrige öffentliche Dienst nach Ihrem Antrag nicht einbezogen werden soll in die gesetzliche Rentenversicherung. Interessanterweise sollte, wenn das der erste Schritt sei, dann hier aber auch gesagt werden, dass Sie sich als nächstes dann die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten vornehmen sollten. Davon kann ich aber vor dem Hintergrund des Personalmangels im öffentlichen Dienst nur abraten. Das ist der falsche Weg. Sie sind da auf dem Holzweg. Und deswegen lehnen wir Ihren Antrag ab. Gleichwohl, meine Damen und Herren, sind wir als Freie Demokraten aber bereit, über Strukturveränderungen im Bereich der Altersversorgung von Bundestagsabgeordneten, aber auch von Bundesministern zu sprechen. Denn da liegt einiges im Argen. Und da müssen bestimmte Dinge auch verändert werden. Und deswegen lehnen wir heute nicht nur Ihren Antrag ab, sondern legen gleich auch noch selber einen Vorschlag vor zur Altersversorgung von Bundesministern. Es ist nämlich, lieber Kollege Schnieder, Sie haben es beschrieben bisher so, wer als Bundesminister mehr als zwei, aber weniger als vier Jahre tätig war, der wird bei der Berechnung des Ruhegehalts so behandelt, als wäre er gleich vier Jahre im Amt gewesen. Und zweite Regelung, wer mit 60 Jahren zum Empfänger eines Ruhegehalts wird, der wird bei der Berechnung so gestellt, als sei er 63 Jahre alt. Das ist eine unangemessene Überversorgung. Das muss abgeschafft werden. Wir brauchen hier eine Rückkehr zum strikten Grundsatz der Proportionalität zwischen der Dauer, der Amtszeit und der Höhe des Ruhegehalts. Und das können wir heute hier beschließen, meine Damen und Herren. Und jetzt werden die Kolleginnen und Kollegen von der Union sagen, und das ist ja am Anfang auch schon geschehen, es gibt Konstellationen, in denen ist ein Minister schutzwürdig, weil die politischen Umstände dazu führen, dass er oder sie sein Amt verliert und weil man diesen Minister dann schützen muss. Wenn diese Regelung aber zum Schutze ihrer Minister geeignet ist und dafür da ist, liebe Kolleginnen und Kollegen von der Union, dann sorgen Sie doch mal dafür, dass Andi Scheuer, der absolut unter diese Regel fällt, endlich von ihr Gebrauch machen kann, damit er nicht mehr im Amt ist, damit er angemessen versorgt ist und damit diese Regelung, die wir heute abschaffen wollen, endlich auch mal zum Einsatz kommt. Also entweder stimmen Sie für unseren Antrag oder entlassen Herrn Scheuer. Beides sind zwei Möglichkeiten, damit wir bei der Frage der Altersvorsorge vorankommen. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Kollege Kuhle. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass der Deutsche Bundestag einen Minister nicht entlassen kann. Der nächste Redner ist der Kollege Matthias W. Birkweit für die Fraktion Die Linke. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, Gewerkschaften, Sozialverbände und sehr viele Bürgerinnen und Bürger wollen eine Rente für alle Menschen mit Erwerbseinkommen. Und deshalb fordern wir Licken als ersten Schritt hin zu einer echten erwerbstätigen Versicherung, dass Bundestagsabgeordnete ab 2021 endlich Beiträge von ihrer Abgeordnetenentschädigung in die gesetzliche Rente einzahlen mögen. Und das nicht nur für einen Teil unserer Diäten, sondern für die volle Abgeordnetenentschädigung. Wir wollen Privilegien abschaffen. Das heißt für uns soziale Gerechtigkeit. Konkret braucht es vier Schritte. Erstens. Ab der kommenden Legislaturperiode müssen Bundestagsabgeordnete von ihrer Diät 9,3 Prozent in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Zweitens. Weitere 9,3 Prozent der Abgeordnetenentschädigung zahlt der Bundestag als Arbeitgeberanteil in die Rentenkasse ein. Im Ergebnis werden die Altersbezüge von uns Abgeordneten so zunächst um bis zu 73 Prozent gekürzt. Ja, das ist viel. Aber nach unserem Konzept wird es Bundestagsabgeordneten möglich sein, zu den gleichen Konditionen wie ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zusätzlich Beiträge in eine betriebliche Altersversorgung des Bundestags einzuzahlen. Und wir möchten ein weiteres Privileg abräumen. Wir schlagen drittens vor, die Beitragsbemessungsgrenze in drei Schritten zu verdoppeln und sie langfristig ganz aufzuheben. Dann würden nämlich alle Menschen mit sehr hohen Erwerbseinkommen auch Rentenversicherungsbeiträge zahlen und nicht mehr nur für bis zu 6.900 Euro. Ich sage, wer 10.000 Euro Monatseinkommen hat, soll auch für 10.000 Euro Beiträge in die Rentenkasse zahlen. Dann würden auch die Diäten der Bundestagsabgeordneten voll in der gesetzlichen Rente verbeitragt werden. Wir Abgeordneten entscheiden über die Renten von 76 Millionen Menschen, also von all jenen, die künftig mal eine Rente erhalten werden und von den heutigen 21 Millionen Rentnerinnen und Rentern. Und darum ist es sozial gerecht, wenn auch wir von unseren eigenen rentenpolitischen Entscheidungen selbst betroffen sein werden. Zudem, wenn langfristig alle Menschen mit Erwerbseinkommen, also auch Selbstständige, Freiberuflerinnen, Beamte, Unternehmerinnen, Vorstandsmitglieder von Aktiengesellschaften und Abgeordnete Beiträge in die Rentenversicherung zahlen, dann mögen diese zusätzlichen Einnahmen langfristig auch zur Erhebung des Rentenniveaus eingesetzt werden können. Und deshalb müssen viertens sehr hohe Renten dann im höchsten verfassungsgemäß zulässigen Maße abgeflacht werden. Ein Beispiel. Künftig könnte es Menschen geben, denen aufgrund jahrzehntelanger Beiträge aus sehr hohen Erwerbseinkommen eine gesetzliche Rente von mehreren Tausend Euro zustünde. In der Schweiz gibt es darum eine Höchstrente und übrigens auch eine Mindestrente. Ich fände das gut. 1200 Euro Mindestrente und zum Beispiel 4.800 Euro Höchstrente. Hier in Deutschland ginge das nicht, weil Sozialversicherungsbeiträge durch Artikel 14 unseres Grundgesetzes eigentumsrechtlich geschützt sind. Und darum sollen sehr hohe Renten abgeflacht werden. Das wäre meines Erachtens nach Artikel 20 unserer Verfassung, dem Sozialstaatsbetrieb, in Verbindung mit Artikel 14 Absatz 2, ich zitiere, Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen, auch Verfassungsgeform. So geht soziale Gerechtigkeit. Und ich freue mich, Frau Hasselmann und liebe SPD, dass Sie mit uns darüber diskutieren wollen. Wir sind bereit, auch unseren Antrag zu verbessern. Und ich freue mich auf alle Ihre Vorschläge. Herzlichen Dank. Herr Kollege Birker, Sie waren wahrscheinlich von Ihren Worten so ergriffen, dass Sie vergessen haben, die Maske aufzusetzen. Das fassen Sie bitte als Ermahnung auf und nicht als Ordnungsruf. Ich darf das nicht weiter kommentieren, Frau Hasselmann. Mir fiel da gerade noch was anderes ein. Aber nächste Rednerin ist die Kollegin Jana Schimke, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Bevor sich jetzt gleich wieder alle aufregen, ich muss da noch eines loswerden. Ich habe den Eindruck, Sie haben den Anspruch, den wir an unsere Aufgabe hier im Parlament legen, nicht verstanden. Wenn Sie die Rentenversicherungspflicht von Abgeordneten in den Zusammenhang bringen mit Bürgernähe, dann haben Sie Ihre Aufgabe nicht verstanden. Wir sind privilegiert, ohne Frage. Wir beziehen ein hohes monatliches Einkommen. Wir sind im Alter gut abgesichert. Aber die Frage, wie wir uns den Menschen, wie wir uns den Wählern jeden Tag in unseren Wahlkreisen stellen, darf und sollte doch damit nicht im Zusammenhang stehen, meine Damen und Herren. Ich erkläre Ihnen gern noch mal, was eigentlich unsere Aufgabe hier ist und warum wir hier sitzen und wie wir das würdigen. Ein Abgeordneter ist kein Erwerbstätiger im herkömmlichen Sinne. Das, was wir hier tun, ist kein gewöhnlicher Job. Es ist eine besondere Aufgabe. Es ist eine besondere Verantwortung gegenüber unserem Land, gegenüber unserem Staat. Die Entscheidungen, die wir hier treffen, haben eine erhebliche Tragweite auf die Zukunft und das Wohlbefinden in unserem Land. Wir definieren mit unseren täglichen Entscheidungen das Wohlergehen der Menschen in Deutschland und auch die Rolle Deutschlands in dieser Welt. Auf nichts anderes zielt unsere Versorgung und unsere Absicherung heute und morgen ab. Ich halte das für gerechtfertigt, meine Damen und Herren. Wenn Sie das nicht verstanden haben, dann dürfen Sie gerne noch mal ins Abgeordnetengesetz schauen. Es gibt aber weitere Gründe, meine Damen und Herren, warum wir hier eine Sonderstellung genießen dürfen. Sie wissen es alle, die hohen Diäten sind darauf zurückzuführen, damit wir nicht bestechlich sind. Wir kennen alle Länder, selbst in Europa, wo wir ein hohes Maß an Bestechlichkeit in den Parlamenten haben. Ich bin stolz darauf, dass wir in einem Land leben und in einem Parlament arbeiten, in dem das nicht der Fall ist, in dem wir frei sind in unserem Mandat, in dem wir frei sind in unserer politischen Entscheidung. Das nennt sich freies Mandat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wir üben, wir üben diese besondere Verantwortung gegenüber den Menschen in unserem Land und gegenüber unserem Heimatland auch aus. Aber es geht noch um einen weiteren Punkt, und der ist sehr, sehr wichtig. Das darf ich an dieser Stelle mal sagen. Es geht natürlich mit der guten Versorgung auch darum, einen sogenannten Risikoausgleich zu schaffen und eine sogenannte wirtschaftliche Unabhängigkeit zu schaffen. Nicht nur politische Unabhängigkeit, auch wirtschaftliche Unabhängigkeit zu schaffen. Ich weiß ja nicht, wie Ihre Biografie vorher aussah. Aber viele von uns hatten ein Leben auch vor der Politik. Sie waren abhängig beschäftigt, sie waren erwerbstätig. Das geben Sie natürlich mit dem Einzug in den Deutschen Bundestag auf. Und nicht jeder von uns weiß, wie geht es danach weiter. Nicht jeder ist Beamter, nicht jeder ist Rechtsanwalt und hat eine Anwaltskanzlei. Für viele ist die Frage, wie geht es danach weiter, eine offene Frage. Sie verlassen berufliche Förde. Sie verlassen ihr bisheriges Leben. Sie sind keine Privatperson mehr. Sie sind eine Person des öffentlichen Lebens. Und Ihre Meinung ist öffentlich. Auch manchmal ist ihr Privatleben öffentlich. Und das ist der Grund, warum wir eben hier in besonderer Weise finanziell und was auch die Altersvorsorge anbelangt, abgesichert sind. Und ich will auch noch einen weiteren Punkt ansprechen. Frau Kollegin, erlauben Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Ernst aus der Fraktion Die Linke? Nein, im Moment nicht. Vielen Dank. Denken Sie mal an die Kommunalwahlen. Wenn es darum geht, Bürgermeister aufzustellen für sehr interessante Kommunen, wie ich finde, auch mit einer sehr interessanten Entschädigung, also durchaus attraktive politische Positionen. Sie finden niemanden mehr dafür, weil es viele Menschen gibt, die sagen, nein, das ist für mich einfach eine Abwägung, die lohnt sich nicht. Ich verdiene in meinem bisherigen Job mehr Geld. Oder, was man auch oft hört, nein, ich will es nicht. Ich möchte gerne anonym zum Bäcker gehen. Ich möchte nicht auf der Straße angesprochen werden von morgens bis abends. Man muss schon ein Menschenfreund sein, wenn man diesen Beruf ausübt, ohne Frage. Aber nicht jeder ist dazu bereit in diesem Land. Und deswegen leisten wir uns das. Deswegen haben wir diese Privilegien. Und ich finde, dazu sollte man auch stehen können und stehen dürfen und dies auch wirklich mit Selbstbewusstsein nach draußen tragen. Das entbehrt uns natürlich nicht davon, dass wir hier gute Entscheidungen treffen. Und wenn wir ein Problem in der gesetzlichen Rentenversicherung haben, dann sollten wir das in der Rentenversicherung selbst lösen. Ja, vielleicht mal über die Frage von versicherungstremden Leistungen etc. sprechen. Da kann man über viele Dinge reden. Aber Herr Birkwald, ganz ehrlich, wir ändern doch nichts an unserem Rentensystem, an der Versorgung unserer Rentnerinnen und Renten an unserem Land, wenn plötzlich alle Berufsgruppen darin einzahlen. Das ändert nichts. Das System bleibt das Gleiche. Und noch einmal, Sie legen einmal wieder mehr die Axt an die Vielfalt in unserem Land. Rente, Absicherung, Altersvorsorge ist in Deutschland hochgradig vielfältig organisiert. Durch Versorgungswerke, durch betriebliche Altersvorsorge, durch private Vorsorge und natürlich auch durch die gesetzliche Rentenversicherung. Ich möchte, dass wir diese Vielfalt bewahren und den Menschen auch in Zukunft eine Wahlmöglichkeit lassen. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Während der Hygienemaßnahmen hat die Fraktion Die Linke eine kurze Intervention beantragt für den Kollegen Ernst. Herr Ernst, Sie haben das Wort. Frau Kollegin Schimpke, ich habe Ihnen ausführlich zugehört und auch gelernt, man muss ins Abgeordnetengesetz gucken. Da haben Sie ja vollkommen recht. Das haben wir schon gemacht. Da waren Sie noch gar nicht im Bundestag. Ich wollte nur darauf hinweisen. Und jetzt möchte ich Ihnen doch mal eine Frage stellen aufgrund Ihrer Ausführung. Die fand ich sehr spannend. Sie haben gesagt, das Wichtigste ist die Unabhängigkeit des Abgeordneten, die durch seine Unabhängigkeit, das Abgeordnete wäre das Wichtigste, die durch sein Einkommen auch manifestiert wird. Jetzt gibt es ja gerade in Ihren Reihen auch eine ganze Menge und auch bei anderen Fraktionen eine ganze Menge von Abgeordneten, die haben zusätzlich noch Einkommen. Würden Sie dann, würde es das gar nicht werden, aber möchten Sie damit zum Ausdruck bringen, dass die dann unabhängiger sind wie die anderen, weil die haben noch mehr Einkommen als das durch den Bundestag? Oder würden Sie dann sagen, weil die ja schon so unabhängig sind, brauchen Sie gar kein Einkommen mehr durch den Bundestag? Wenn das Ziel die Unabhängigkeit ist, die wir durch die Einkommen, durch die Rente hinkriegen wollen, die aber unterschiedlich geregelt ist, könnte man auch zu dem Schluss kommen. Die Abgeordnetengehälter müssen so hoch sein wie der, der am meisten Nebeneinkünfte hat. Auch das wäre eine Lösung. Wenn man solche Vorstellungen hat, dann würde ich sagen, hat man irgendwas falsch verstanden. Es geht darum, dass man natürlich unabhängig sein soll vom Einkommen her. Aber das ist doch nicht automatisch, was die Altersversorgung angeht, das Recht, eine Besserstellung zu erreichen wie alle anderen Bürger dieses Landes. Und genau darum geht es uns mit diesem Antrag. Die wollen wir nämlich ändern. Frau Kollegin, Sie dürfen antworten, wenn Sie das verstanden haben. Sehr gerne, Herr Präsident. Ja, lieber Kollege Ernst, die Unabhängigkeit gilt doch in beide Richtungen. Die gilt nach unten wie nach oben. Die gilt bei denen, bei den Kolleginnen und Kollegen, die keine Nebentätigkeit haben, als auch bei denen, die sie ausüben, weil wir eben keine Erwerbstätigkeit ausüben. Wir haben ein freies Mandat. Das können Sie mit keiner anderen Erwerbsform in diesem Land gleichsetzen. Und deswegen ist es den Kollegen auch freigestellt, was sie in ihrer Freizeit tun. Und deswegen finde ich es sogar gut und richtig, wenn wir neben dem Mandat, neben unserer politischen Tätigkeit vielleicht auch noch andere Lebenswirklichkeiten haben, vielleicht auch noch andere Möglichkeiten der, wenn Sie so es nennen wollen, Erwerbstätigkeit. Das ist doch gut und richtig. Wir wollen doch nicht abhängig sein vom Parlament. Wir wollen doch ein freies Leben führen. Wir wollen doch auch eine Zukunft haben nach dem Mandat. Und deswegen halte ich es für gut und richtig, wenn wir unsere Augen öffnen, wenn wir unseren Blick schärfen und wenn wir auch noch andere Dinge tun, außer hier mit Ihnen im Deutschen Bundestag zu diskutieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin. Nächste Rednerin ist die Kollegin Daniela Kolbe, SPD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich finde es ja sehr schön, wenn bei der Vorbereitung auf einer Rede so ein bisschen Stimmung aufkommt wie bei der Vorbereitung auf einen SPD-Parteitag. Mir ging das zumindest am Anfang des Antrags der Linken ein wenig so. Insofern danke für einige Aspekte des Antrags. Ich halte insbesondere die Idee einer interfraktionellen Arbeitsgruppe zum Austausch über die Altersversorgung von Abgeordneten für eine sehr indiskutable Idee. Die SPD hat auf Parteitagen schon ziemlich oft eine erwerbstätige Versicherung beschlossen. Wenn man eine erwerbstätige Versicherung will, und die SPD will das, der Koalitionspartner eher nicht, dann ist es aus meiner Sicht sehr logisch, dass man in einem ersten Schritt tatsächlich über die Erwerbsversicherung spricht. Das wäre recht einfach. Man hat es auch nicht mit Lobbygruppen von außen zumindest zu tun. Es ist eine sehr kleine Gruppe, und wir können eine Vorbildfunktion haben. Bei manchen Reden habe ich ein bisschen hier den Eindruck gewonnen, dass wir nicht Vorbilder sind, sondern dass wir etwas Besseres sind. Das würde ich mit einem ganz klaren Nein beantworten. Wir sind gewählt, aber wir sind nicht erwählt. Ich finde aber, wenn man sich mit der Altersversorgung von Abgeordneten beschäftigt und die Einbeziehung in die Rentenversicherung fordert, dann sollte man sich auch mit den Problemen befassen. Und die werden in dem Antrag, sorry, da ist totale Stille. Also, wenn man das wirklich will, dann muss man auch die öffentliche Debatte aushalten wollen, die dann natürlich entbrennt. Wir haben es in den Landtagen gesehen, wenn die Diäten steigen oder wenn auch Zuschüsse gezahlt werden, um die Altersabsicherung von Abgeordneten sicherzustellen. Da ist bei Ihnen totale Stille. Da müssen Sie wirklich noch mal nacharbeiten, wenn Sie sich nicht dem Populismus am Griff ausgesetzt fühlen wollen. Ich will aber auch sagen, dass aus meiner persönlichen Sicht die Einbeziehung von Abgeordneten auch fachpolitisch sinnvoll ist. Die gesetzliche Rentenversicherung basiert auf einem Generationenvertrag. Menschen, die erwerbsfähig sind, zahlen ein. Später im Alter als Rentnerinnen und Rentner können sie sich auf die Solidarität der dann Jungen verlassen. Im Moment beschließen wir als Gesetzgeber aber über diese gesetzliche Rente, die das Haupteinkommen von ganz, ganz vielen Menschen in diesem Land ist, in erster Linie aus der Perspektive von Steuerzahlern, die ja etwa 100 Milliarden Euro pro Jahr in die gesetzliche Rente gibt. Ich glaube, es wäre gut, wenn wir echter Teil, auch aktueller Teil dieses Generationenvertrages wären, wenn wir auch Beitragszahlerinnen und Beitragszahler und zukünftige Rentnerinnen und Rentner wären. Ich glaube, dieser ganz persönliche Perspektivwechsel des Gesetzgebers wäre gut für eine noch bessere Rentengesetzgebung. Es würde aber auch die Perspektive auf Betriebsrenten und auch auf die private Altersvorsorge verändern und verbessern. Insofern finden wir den ersten Teil gut. Insbesondere über den dritten Punkt würden wir uns trefflich streiten. Ich finde, dann wird es auch manchmal abenteuerlich. Lieber Matthias, du redest von 4.800 Euro maximaler Rente. Die Biografie musst du mir mal zeigen, wie das funktionieren soll. Das hat mich gerade erklärt. Ja, wenn du 4.800 Euro bei einer Beitragsbemessungshöhe von fünf Rentenpunkten, muss man 30 Jahre lang Beitragsbemessungsgrenze für beitragen. Die Biografie zeigst du mir bitte mal so ganz in echt. Ich kenne die nicht. Aber noch mal, die ersten Punkte sind sehr diskutabel. Ich würde mich freuen, wenn wir einen solchen Diskussionsraum hier im Parlament finden würden, das wirklich gut zu diskutieren. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Kläuwe. Letzter Redner zu diesem Tagesordnungspunkt ist der Kollege Kari Wittiger, CDU-CSU-Fraktion. Herr Präsident! Werte Kollegen! Als ich die Überschrift zu diesem Antrag gelesen habe, Abgeordnete in die gesetzliche Rentenversicherung einbinden, da hatte ich ja wirklich geglaubt und gehofft, dass wir über die Rolle der Abgeordneten sprechen, was für eine Stellung wir in der Gesellschaft haben, welche Leistungen wir erbringen und was uns deshalb auch als Vergütung zugemessen werden sollte. Aber davon haben Sie weder in Ihrem Antrag noch hier in der Debatte Gebrauch gemacht, liebe Linke. Ich bin mir nicht sicher. Viele Kollegen haben jetzt schon gesagt, das sei Populismus. Ich bin mir da gar nicht so sicher. Ich habe eher den Eindruck, dass der Autor dieses Antrags leicht überfordert war. Er schreibt nämlich am Anfang diesen schönen Satz Die gesetzliche Rentenversicherung bietet erhebliche Vorteile. Aber dann scheinen Ihnen keine einzufallen, weil der gesamte Antrag bezieht sich nur darauf, darzulegen, wie viel besser die Abgeordnetenversorgung ist und zählt keinen einzigen Vorteil auf. Also entweder hätten Sie ja fordern müssen oder hätten Sie Ihren Antrag anders begründen müssen oder Sie hätten konsequenterweise eigentlich als Linke fordern müssen, dass die Rentenversicherung so gut ausgestattet sein sollte wie die Abgeordnetenversicherung. Also insofern völlig inkonsequent, erschütternd eigentlich für die Linke. Sie sind auch ein bisschen schlampig bei den Fakten. Das steht im Antrag drin, dass es mit wenigen Ausnahmen wenige Leute nur noch gibt, die nicht versichert sind und tun da so, als ob es da nur noch eine kleine Elite gibt. Ich habe mir das mal angeguckt. Es sind tatsächlich 15 Prozent der Erwerbspersonen in Deutschland, die nicht in die Rentenversicherung einzahlen. Für alle, die das gerne in Zahlen haben, sind 7 Millionen Menschen. Also wenn Sie von den Linken sagen, dass 15 Prozent wenige Menschen sind, dann sind Sie mit Ihren 7 Prozent in den Umfragen der Splittergruppe. Das sage ich Ihnen. Gar keine Frage. Und dann fordern oder stützen Sie sich ja auf einen Wochenbericht des DIW. Da zitieren Sie auch korrekt, dass die gesetzliche Rentenversicherung auf mittlere Sicht sich deutlich stabilisiert, wenn man die Freiberufe etc. in die Rente reinnimmt. Sie haben aber den zweiten Satz vergessen, der gleich dahinter kommt. Und den will ich gerne hier nochmal anfügen. Der lautet, in der längeren Frist reduzieren sich die Effekte. Sie haben keine Auswirkungen. Das heißt auf gut Deutsch, das Rentenniveau sinkt und die Beiträge steigen. Dolle Reformen kann ich da nur sagen. Ganz dolle Reformen. Und was Sie am Schluss dann in Ihrem Antrag auch noch reinschreiben ist, und das zeigt, dass Sie eigentlich auch die Studie gar nicht verstanden haben vom DIW. Sie wollen ja die Beitragsbemessungsgrenze erhöhen. Das bedeutet aber, dass Sie nicht neue Leute in die Rentenversicherung reinholen, sondern Sie kassieren ja nur mehr ab von denen, die schon drin sind. Das zeigt ja, dass Sie die Studie nicht verstanden haben. Und Sie sagen, auf 13.800 Euro soll diese Beitragsbemessungsgrenze hochgehen. Da habe ich mir gedacht, Donnerwetter. Warum sind Sie da eigentlich so zaghaft? Also die, die etwas knapp über dem Durchschnitt sind, die wollen Sie mehr zur Kasse bitten. Aber die richtig Reichen, die wollen Sie laufen lassen. Das heißt, die sollen nicht in die Rentenversicherung einbezahlen. Da muss ich ehrlich sagen, wenn Karl Marx das gewusst hätte, dann würde er sich im Grabe umdrehen. Wie schlampig Sie den Sozialismus hier in Deutschland umsetzen, meine Damen und Herren. Das ist wirklich unfassbar. Und dann finden Sie auch noch diese Beitragsäquivalenzgrenze, wo Sie sagen, also das heißt auf gut Deutsch, man bezahlt zwar mehr ein, aber man kriegt nicht mehr raus. Wir halten das für grob verfassungswidrig. Das muss man ganz klar sagen. Das haben auch schon Kollegen dargelegt. Aber auch da waren Sie schon mal mutiger, liebe Linke. Sie haben uns doch hier immer mit reichen Steuern traktiert. Wo bleibt denn die? Die fehlt hier in diesem Antrag. Und deshalb kann ich nur sagen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir lehnen diesen Antrag definitiv ab. Nicht nur, weil er nicht auf unserer Linie liegt, sondern noch nicht mal auf Ihrer Linie. Vielen Dank, Herr Kollege Witteker. Damit schließe ich die Aussprache. Interaktionell wird bei Tagesordnungspunkt 29a die Überweisung der Vorlage auf Drucksache 19.255 an die in der Tagesordnung aufhörigen Ausschüsse vorgeschlagen. Gibt es weitere Überweisungsvorschläge? Das ist nicht der Fall. Dann verfahren wir so. Zu Tagesordnungspunkt 29b. Wir kommen zur Abstimmung über den Gesetzentwurf der Fraktion der FDP zur Änderung des Bundesministergesetzes. Der Ausschuss für Inneres und Heimat empfiehlt in seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 19.23794, den Gesetzentwurf der Fraktion der FDP auf Drucksache 19.7512 abzulehnen. Ich will diejenigen, die dem Gesetzentwurf zustimmen wollen, um das Handzeichen. Gegenstimmen? Enthaltungen bei der AfD-Fraktion ist der Gesetzentwurf der FDP-Fraktion in zweiter Beratung mit den Stimmen von CDU, CSU und SPD gegen die Stimmen der übrigen Fraktionen des Hauses abgelehnt. Damit entfällt in unserer Geschäftsordnung die weitere Beratung. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 30a bis 30c. erste Beratung der von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwürfe zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes und weiterer energierechtlicher Vorschriften und zur Änderung des Bundesbedarfsplangesetzes und anderer Vorschriften sowie erste Beratung des von der Fraktion der AfD eingebrachten Gesetzentwürfe.